Ein Asset-Deal ist ein Firmenkauf, wo man aber nicht die Firmenhülle kauft, sondern nur Vermögenswerte, die diese Hülle enthält. Dadurch muss man genau definieren, was in diesem Asset enthalten ist. Andererseits muss man auch nicht für Probleme und Rechtsstreitigkeiten aus der Vergangenheit dieser Rechtshülle gerade stehen. Wenn man zum Beispiel eine GmbH kauft, dann kauft man ja alle Rechten und Pflichten, was diese GmbH besitzt. Und da können halt dann irgendwelche unliebsamen Überraschungen auftauchen. Wofür man dann auch als Käufer gerade stehen muss, wenn es da keine entsprechenden Garantien gibt. Beim Asset-Deal kann ich zum Beispiel eine Domain von einer anderen Firma kaufen und alles, was mit dieser Domain zu tun hat, also Marke, Logo, Webseite, Inhalte. Aber ich kaufe halt nur dieses Asset, diese Domain und Webseite und nicht die rechtliche Hülle dazu. Und wenn die rechtliche Hülle irgendwie einen Mist gemacht hat in der Vergangenheit, dann gibt es die immer noch. Und der Verkäufer muss da dann die Verantwortung übernehmen. Man kann also bei einem Asset-Deal sogenanntes Cherry-Picking betreiben. Für den Käufer ist es etwas risikoärmer. Dafür ist es, wie gesagt, etwas komplizierter, da man halt ganz genau definieren muss, welche Vermögenswerte enthalten sind. In der Vergangenheit. In der Vergangenheit. In der Vergangenheit.